Heute gibt es Dropsätze, Reduktionssätze. Nach zwei Übungen in der gleichen Muskelgruppe geht es ab auf den Großtrainer, Stoffwechsel mit einem Fettstoffwechsel. Zuschauen und danach mitmachen. Kommen wir mit 24 Kilo an. Jetzt der Satz, kurz die Abteildrücke. Licht umstellen auf 20. Und nächster Satz. Nächster Satz. Runter auf 16. Und dritter Dropsatz. Kurze Pause. Und nach der kurzen Pause geht es sofort bei der Befliegende. Runter auf 12. Und Fleiß. Nächster Satz. Runter auf 8. Es fängt. Das gehört aber dazu. Bei so einer Art von Drilling muss es brennen. So, jetzt gehen wir mal runter auf 4. Leichtes bisschen Lightweight. Und dafür schön langsam. Kameramann aus dem Weg. 5 Minuten Crosstrainer. Bei mir Leistungsstufe 15 und Neigungslinke 10. Und das Ganze 5 Minuten. Maximaler Puls bei mir, da ich ja schon zu den Centiolen gehöre. Maximal 155 Puls. 5 Minuten sind durch. Jetzt geht es weiter. Jetzt kommt für den Brust, beziehungsweise jetzt für den Rücken, da ich 2er Spittgerade mache. Kommt jetzt ein Rücken, Frontzug zur Brust, Parallelzug zur Brust und dann nochmal Cardio. Wow! Hoppasst. Fuck off! Kollitos sind 올려,还是 Jo も? Rot,ютy-Racks ignatel Und ich habe noch keine Pause, aufщё. Auf dataset Vielen Dank.